Das sind eure Spielregeln. Baut ein unzerstörbares Labyrinth, aus dem es kein Entkommen gibt. Einer von euch wird der Killer sein und die anderen beiden jagen. Diese versuchen eines der beiden Schwerter zu bergen, die der Killer vorher versteckt hat. Dötet euch der Killer, bekommt er für jeden Kill einen Punkt und umgekehrt. Mögen die Spiele beginnen. Verdammt! Auf drei! Eins, zwei, drei! Ich meine natürlich... Ja, ja, na klar. Du erzählst mir schon was. Ihr dürft! Die gute Schuhe! In absoluter Panik bin ich abgezogen eben, ey. Und hinein, das Glück hinein. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Der Typ ist voll doof. Der ist richtig... Richtig doof, oder? Da, da ist der. Ich habe absolut den paranoiden Schub, ey. Es ist... Ich hätte davon richtig träumen, nur. Schnell, schnell, schnell! Lauf, lauf! Lauf! Lauf schneller! Verdammt! Truhe Nummer vier schon abgeklappert. Nichts bisher. Vielleicht ist das ein gutes, vielleicht auch ein schlechtes Zeichen. Wer weiß das schon so genau? Ey, hör auf du, ich raste gleich aus, ey. Es bringt ja ja nichts, wenn ich dann ganz laut rufe, Hilfe, Hilfe, knackte Mann kommt. Wenn sie dann schreit davon werden. Nein, nein, nein! Goodbye! Ich war so sicher, dass er nicht kommt, dass er mich nicht sehen wird. Scheiße. Verdammt! So ein... Sachsen-Eimer. Das ist furchtbar. Das ist so furchtbar. Das ist so furchtbar. Das ist das erste Spiel, wo ich zuerst raus bin. Oh Mann, ey. Das erste Spiel, wo ich zuerst raus bin. So ein Dreck. Wo bist du? Sei unser Kameramann, Fox. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Wie ich das nicht will. Ich hab dich gehört. Na, das glaub ich nicht. Das glaub ich nicht. Ich hab' einen U-Tropf. Ich hab' vor kurz nachgedacht, ob ich einfach jetzt zurück ins Labyrinth gelaufen komme. Und damit rumlaufe. Sorry. Ich bin wieder da. Oh, hi. Hi, Kenyuk. Hi. Hallo? Hallo? Genau in der Sekunde. Oh Mann, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann alles nicht wahr sein. Das ist ja gerade ein Albtraum. Das ist ja wirklich ein Albtraum. Ich komm hier nicht weg. Das ist wie so ein Traum, wo du immer weglaufen willst und du kommst nicht weg. Oder? Wenn wir ein Glasdach hätten machen können. Oh Gott, Fuhlspinne. Oh Gott, Fuhlspinne. Ah, da ist er. Oh Gott, nein. 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 Jesus Christus, der Barmherzige, steht mir bei. In allen meinen Tagen und allen meinen Untaten. Vergebe mir meine Sünden. Ich bin ein lieber Mann. Wo muss ich hin? Ich trau mich nicht. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Bist du. Ah. Oh Gott. Ein Stein ist auch weg. Oh, bist du. Wir flohen. Jeder von uns Kinder hat einen Angelcharakter. Er ist der wahnsinnige Clown. Ich möchte ständig eure Hoden zu irgendwas umbauen. Und Fox hat Schizophrenie und fangt zwischen total stumm und richtig bösartig. Ich bin ein Formwandler. Ich bin ein Formwandler. Ich bin ein Formwandler. Ich bin ein echter Formwandler. So wie es im Buche steht. Das ist angstentflößend. Ach du Scheiße. Gott, steh uns allen bei. Steh uns allen bei. Hau ab, du Penis. Hau ab, du Penis. Hau ab, du Puller. Du Puller, du stinkender. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Du kriegst ihn aber auch nicht klein, wenn er direkt zu dir guckt wegen der blöden Maske. Das ist zum Keuzen. Puller, schwebe. Ich bin Schwabe und ich schwebe. Was sagt der Maria Josef? Bring mir bitte eine Spezi mit. Aus der Perfektive wirkt so, als ob jemand mir zugucken würde. Der hatte Wetten auf mich gesetzt, dass ich sterbe. Okay Kinder, es geht los. Mit gemeinsamer Kraft. Wir bleiben zusammen. Du bist der Anführer. Du zeigst den Weg. Los. Nee. Doch, doch, doch. Du bist der Anführer. Du zeigst den Weg. Warte wieder auf den Kreis. Im Kreis. Du durfst vor dem Kreis. Ich sehe, wo du rausrennst. Auf. Auf, mein Freund. Nee, nee, nee. Das ist doof. Das ist ganz doof, du. Das ist ganz blöder, du. Lieber hier lang. Jetzt lauf weiter. Ja, los. Kane, Kane. Bitte, bitte sei nicht weggelaufen. Bitte. Da bist du. Kane, 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 Kane. Kane, guck mal. Kane, wo bist du? Kane. Kane, wo dann? Ja, dann. Okay. Scheiße, wo bist du schon wieder? Oh. Kane. Kau. 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 Verdammt. Da ist mir ein Schrei im Halse stecken geblieben. Bist du denn kommen? Ja. Hast du keinen Ton mehr? Jetzt komm ich. Jetzt komm ich. Riecht nach Cain. Riecht nach Cain. Riecht nach Cain. Riecht nach Cain. Cain-i-Eck. Cain-i-Eck. Geh nicht fort. Ich weiß doch, du willst es auch. Cain-i-Eck. 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 Willst du leben? Tut mir leid, habe ich schlechte Nachrichten für dich. Cain-i-Eck. 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 Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Cain-i-Eck. 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 dass mir meine Mutter immer gesungen hat! Das heißt, stirb! Ich dachte, du läufst an mir vorbei. Nee, nee. Und die Stimme ist wieder abgekackt von uns. Oh, bisschen! Na dann? Geronimo. Geronimo, Geronimo, steck dir doch mal was in den Po, Geronimo. Das ist die Klappe, ich muss hören, wo die herkommt. Geronimo! Eihiei, ei, ei, ei Der Deme ist auch immer nicht jub Kirschenessen. Ach, Mann, ey! Hinge in diesen dummen Dingern da oben fest, ey! Ja, die sind echt nervig. Ah, 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 ah! Jiiihihihihihi Jetzt kenne ich schon wie Kane Du dummer Hure Du dummer Komm her Ich mach dich kalt Ich spiel dich ab wie ein Schwein Nö, nö, das mag ich nicht so Oh fuck, hier geht's ja gar nicht lang Komm her Ah ja, schön, schön hast du dich gemacht Also wir jagen dich dich jetzt zusammen Ja, aber wir müssen Oh, also der Erste, der ihn tötet Ah ja, verstehe Aber er bleibt gewaffnet Drei, zwei, eins, los geht's Das stimmt mir schon wieder Wo bist du? Geh dich ein Scheißdachgang Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Aber du darfst nicht campen Nee, campen tue ich nicht Nee, ganz sicher nicht Und du darfst nicht leben Dafür habe ich viel, viel Dafür habe ich zu viel Schiss, ehrlich gesagt Um zu campen Campen Oh ja Oh ja Oh Gott, Leute Oh Gott Oh nein Oh nein Oh nein Oh Gott, oh Gott, oh Gott Bitte, bitte renne Nein, nein, nein Komm zu mir gelaufen Das Schlimme ist, die Runde ist erst vorbei Wenn ihr mich kippt Okay Recht So wie ich Brede auf Wisst ihr was? Ich drehe jetzt einfach den Spieß um Ihr seid doof Ich finde euch Du bist tot Ich würde dich Ich habe meine Waffe Du mich Wir reden jetzt alle durcheinander, dann hört keiner mehr was. Sehr gut. Das ist YouTube. Ich mach den Stein hier weg. Dann weiß ich jetzt, wo du bist. Der Stein ist weg. Nein, nein, nein. Ja, ja, doch, doch. Nicht so schnell, mein Kleiner. Nicht so schnell. Ah, du, hier. Bruder. Oh Gott. Bruder in Spie, Bruder im Geiste, Bruder im Morden. Was ist denn da im Gitter, ey? Ich geh die Krise. Jetzt spitze ich mal die Ohren. Das ist wie... Das ist ein Albtraum, Leute. Und spitze meine Ohren. Sag nie mehr, ihr habt Schiss in diesem Modus. Ich hab grad die schlimmste Position, ganz ehrlich. Oh, bitte, ey. Und schon eine reicht auch, um mich fett umzubringen. Guck, ich guck, ich guck. Oh Gott, oh Gott. Treib ihn zu mir, wie ein Schweinchen. Oink, oink. Das Schweinchen. Wenn ich mit ihm fertig bin, macht's Quiek und ruf Mutti, hilf mir. Quiek Mutti, hilf mir. Seid bloß weg, ihr Sacknasen, ey. Seid bloß weg. Wir sind mehr als drei. Es ist sehr interessant, dass in der Runde, komischerweise wir uns nicht sehen, oder? Noch nicht. Noch nicht. Hallo, 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 hallo. Bübchen. Nein. Verdammt. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Draußen wahrscheinlich. What? Geh mal schön weg. Hallo. Tja. Oh, oh Gott. Mach nichts. Ich muss euch noch ein bisschen mehr anstrengen. Mach nichts. Sorry. Das komme ich nicht, um euch zu holen. Das Problem ist, wo es ihr immer wieder belebt. Das ist der Unterschied zwischen euch und mir jetzt. Wir sehen uns. Hallo. Ah, nein. Ihr Sacknasen. Ja. Wie kommt das? Ja, Fox gewinnt. Ja, Fox gewinnt. Ganz toll. Leckig. Ich wollte noch mal mit anmerken, dass man während des Fallens keine Blöcke werfen kann. Echt? Ja, das geht nicht. Aber es sind Blöcke unten angekommen. Ja, weil ich gestorben bin. Was? Weil ich gestorben bin, sind die Blöcke unten angekommen. Five Nines. Das ist logisch. Ah, zu geil.